1, 2, 3, das passt. Naja gut, dann ist das eine Huhn raus, das eine Huhn. So, hier kommt Kies, 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 Kies. Ne, da kommt ja gar kein Kies mehr. Stimmt ja, es kommt ja nur noch... Zweimal Kies. Stimmt ja. Was ist hier denn nur hier Kies? Und da Kies. Da kommt ja nicht schneller. Hier ja auch nicht mehr dann, aber wir lassen das erstmal drin. Wir lassen das erstmal bis hier drin und dann machen wir es zu. Was können wir denn rausholen, wenn wir das Eis haben? So. Ich sehe in dein Herz Sehr gute Zeit Vielleicht eine Zeit Kann nicht am ersten Tag Anrufen im Geschäft Ich komme später nur um ihr da zu helfen Ganz den Tag weiter daheim kurz vor euch zu arbeiten Ich schreibe sie und kapiere nicht, dass ich es nicht kann Manche kapieren es halt einfach nicht Und wenn man es denn nicht macht, dann ist man ein schlechter Kumpel Das schaue ich ständig Aber manchmal stehen ja auch nicht drin Ja, viele, auch Wohnungen stehen ja manchmal nicht drin So, alles weg, 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 weg Ne, das machen wir jetzt noch so weit bis zum Feld da hinten irgendwo Und dann machen wir ja irgendwann auch mit Quarz weiter Aber das dauert natürlich noch Mit Quarz Zettel Wo arbeitest du denn eigentlich, Dennis? Also jetzt nicht mit Adresse und so, das muss nicht. Aber was machst du denn eigentlich beruflich? Habe ich das schon mal gefragt? Stimmt. Wenn du dich richten willst, auf jeden Fall nicht irgendwo auf dem Müllhalde. Sorry, soll nicht heißen, dass sich Leute, die über die Müllhalde arbeiten, sich nicht zurecht machen. Was meinte ich jetzt damit nicht? Fiiiit. 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 So. Bei Mercedes-Benz bauen LKW-Getriebe am Band. Produktion. Ah. Ah. Automobil. So. Also, Aggie, wenn du mal was brauchst, meldest du dich bei Dennis. So, was ist hier los? Hier ist überall glatt, 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 glatt. Das ist egal. Glatt, 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 glatt. Jojo. Jojo. So, dann der weg. So. 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 Dann zwirgeln wir die da hin. Lampen machen wir später dann noch drunter, ne? Das ist doch nicht schon Sachsen-Gaming. Ha. Ich hab die Uhr schon im Kopf. So. Hey, Sachsen-Gaming, mein Lieblings-RB-Fan. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das niemals sage. Danke schön für deine Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank. Der bekommt keinen mehr, so. Der Kind bekommt keinen, keinen so mehr. Weil er wirklich sauer ist. Bin nicht mehr bei RB Real, wollte mich jetzt, ähm. Äh, RB Real wollte mich jetzt haben, da hab ich nicht nein gesagt. Ah, okay. Wow. So weg, wa? Das ist ja unfucking fassbar. Wie schnell das hier weg ist. Sö mal, ist der... Nee. Oh. Sorry. Nicht nach unten links gucken, da ist ein Dickpick. Ja, man hat's nicht so gut erkannt, weil's so klein ist. So. Die Schule will was von dir, da würde ich auch mal... Würde ich auch mal Rügel vorschieben, Sachsen-Gaming. Irgendwann ist aber auch mal Schluss. Dankeschön für dein Redner, aber vielen, vielen Dank und guten Nächte dir. Äh, 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 äh. So. So, eine Rauch und dann los, muss doch Bank etwas Geld holen. Alles klar. 180, bringen sie mir mit, ja? 180, geht das? Puh. Ja, er geht nur ehrlich gerne in die Box, da ist es ein bisschen schwierig bei ihm. Ja, da bin ich wirklich ein bisschen kompliziert, was das angeht. Wie gesagt, das ist nicht so mein Ding. Greenstone. Und jetzt sagt Junior zu dem Huhn, dass er selber nach einer Box sucht. Man kann jetzt richtig mit Fachwörtern auf die Kacke hauen. So. Hier war der, genau. Als ob man das nicht weiß. Ja, recht hast du. So. Ja, guck mal, das sieht doch immer richtig geil aus jetzt, oder? Das wird schon langsam. Okay. Okay. Also, falls ihr das alle wisst, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Ich habe gerade gefragt, googeln hätte ich selber gekonnt. Vor allen Dingen hast du gerade wirklich Viecher geschritten. Ja, Mensch. Das sind teuer, aber ich merke das schon. Badog ist eine eingezäunte Fläche vor der Box. Ach so, ich sage dazu einfach Pferdekuppel. Oder ist das wieder was anderes? Ja, weiter, okay. Apropos Pferdekuppel, ich habe heute Morgen, das war richtig weird, das war ganz komisch. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Heute waren ja die ganzen Treckers unterwegs, da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. Und ich wohne ja hier direkt am Feld. Da war ein Trecker auf dem Feld. Und der ist die ganze Zeit hin und her gefahren auf so einem Feld. Was macht man als Bauer im Winter auf seinem Feld? Bei minus drei Grad morgens. Also man kennt es ja, im Sommer sind sie ja auch manchmal um diese Uhrzeit schon los, ne? Aber im Winter? Ackergaul steht noch. Uften Acker, oder? Oha, Ackergaul. Ackergaul, Viecher. Ackergaul. Zuh. Ackergaul. Wir nehmen so noch mal, bis da nichts verkündet. So bin er nun weg, wo ist los? Ja, schönen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Jawohl, bis bald. Das ist laut. Oder der war nur besoffen und hat die Dämon nicht gefunden, oder das? Das kann natürlich auch sein Metallion. Oder gäbe es irgendwas, was man bei dem Wetter da machen kann? Nee, ne? Oder was man nur bei dem Wetter vielleicht machen kann. Kann auch sein. Kann die Gefäße sein. Oh, Floor ist auch wieder aufgewacht. ! top tend und Untertitelung des ZDF, 2020